Hallo ihr Lieben, ganz ganz herzliche Grüße aus Köln, gerade angekommen und tatsächlich wurde ich von dieser sensationellen Quote überrascht. Ja, wir waren mal Kult und ich hab mich heute wahnsinnig gefreut, denn Hintergittern halt jetzt nochmal 6,8% geholt. Und das ist für einen Sender wie RTL Plus wirklich eine ganze Menge. Und ich verstehe, dass ihr sagt, wieder auflegen, schauen wir mal, man könnte ja mal versuchen, eine kleine Neuknast-Serie an den Start zu bringen. Aber jetzt erstmal alles, alles Gute, heute war ja der letzte Tag, den ihr einkaufen könnt, also ihr schafft das, wir bleiben am Start und ihr hört die Tage wieder von mir. Tschüss, dicken Kuss, haltet die Ohren steif. Tschüss.